Und hier vorne, also hier, bin ich damals gestanden und habe das allererste Seminar damals für die österreichische Firma gemacht und aus dem Ganzen sind jetzt zig Millionen Kunden entstanden. Hallo und herzlich willkommen, wir starten in eine neue Woche hinein in den Business Vlog Ausgabe 233 und jetzt, da machen wir uns auf den Weg zur Delegierten Sitzung der Jungen Wirtschaft Steiermark und zur Wahl des neuen Vorstands von der Steiermark von der Jungen Wirtschaft und ich kehre aufgrund dieser Wahl zum Ursprung zurück. Was ich damit meine? Dranbleiben! Ich bin am Rheinischkugl angekommen beim Klugbau und der Klugbau hat in meiner Unternehmergeschichte eine sehr, sehr große Bedeutung, weil im Jahre 2000 habe ich als Versicherungsmakler meine ersten Unternehmungen gestartet und im Jahr 2000 war hier am Klugbauer meine ersten Seminare und Weiterbildungen. Das jetzt ist jetzt da hinter mir, da ist das Restaurant und so weiter und da ist das Hotel mit den ganzen Seminarräumlichkeiten und hier hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Kleines Beispiel hier hinter mir, die ganzen Zubauten, also insgesamt, ich glaube vier neue Räume, Seminarräume, Wellnessbereich und so weiter und es ist richtig, richtig cool. Also hier vor 20 Jahren meine ersten Seminare beim Klugbauer. Beim Klugbauer eingecheckt und die Juniorchefin war auch da. Sie hat mich auch erkannt. Vielen, vielen Dank, obwohl das schon wieder Jahre her ist, dass ich hier gewesen bin. Aber was mir so richtig gefällt ist, was sich hier beim Klugbauer in den letzten 20 Jahren getan hat. Allein das Zimmer, also wirklich super schön. Dusche, super Bett und so weiter, super Aussicht drüber zum Restaurant und wir sind jetzt da genau in diesem Seminarraum drinnen, wo die nächste Geschichte in meinem Unternehmerleben hier beim Klugbauer gestartet ist. Das heißt, die erste Dekade in meinem Unternehmerleben war in der Versicherungswirtschaft als Versicherungsmakler und die zweite Dekade, da nehme ich euch dann auch gleich mit, weil wir sind genau in diesem Seminarraum, wo es damals begonnen hat. Aber dazu mehr und jetzt geht es mal gemütlich zum Essen und der Klugbauer immer sehr, sehr und jetzt stehe ich im Seminarraum, wo im Jahre 2008 mein zweites Unternehmertum losgegangen ist, damals im Consulting- und Coaching-Bereich, wo ich dann in über 35 Ländern in Europa Seminare ein Vorträge gegeben habe. Und hier vorne, also hier, bin ich damals gestanden und habe das allererste Seminar damals für die österreichische Firma gemacht und aus dem Ganzen sind jetzt da zig Millionen Kunden entstanden, bin leider nicht mehr aktiv dabei, aber hier war der Startpunkt im Jahre 2008. Und jetzt gehen wir wieder gemütlich Abendessen und dann runter in den Wellness-Bereich. Einen wunderschönen guten Morgen, heute geht es wieder für Menschen im Portrait Richtung Wien und bevor wir da jetzt richtig losfahren, muss ich vorher tanken, im Auto hinten ist die ganze Technik schon eingepackt und ein Update, was gestern so passiert ist am Montag, dazu unterwegs mehr. Boxenstopp ist erledig, Auto ist betankt. Jetzt noch ein kleines Update, was war gestern im Homeoffice, ganz normale Business-Routine, was an einem Montag immer alles so anfällt, aber es war dann endlich die SIM-Karte von drei da, für unsere dritte Mitarbeiterin, für die Denise, die fängt ja mit 1. August an und da ist die SIM-Karte für ihr Telefon gekommen und man glaubt es kaum, die Technik funktioniert nicht. Das heißt, wenn man jetzt die Nummer anruft und Leute momentan zwei Handys mit dem Support auch schon telefoniert, die finden das auch ein wenig komisch, also das dauert jetzt da ein bis zwei Tage, bis die Technik wieder so halbwegs funktioniert. Wichtig ist aber, Kunden können ganz normal anrufen, es funktioniert also, aber es ist ein bisschen ärgerlich, wenn dann auf einmal alle Telefone läuten. Und Feedback auch von der jungen Wirtschaft, also die Delegiertensitzung am Club war wirklich ein megamäßiger Erfolg gewesen. Von Freitag auf Samstag ist es ein wenig länger geworden, sprich ich bin erst ein bisschen nach Mitternacht ins Bett gekommen, dafür aber tolle Gespräche und tolle Vorträge auch von Manfred Kainz und ein Zitat, das ist richtig cool gewesen und zwar, auf die Dauer haltet ihr meine Ausdauer nicht aus. Grenzgenial. So, und jetzt fahren wir den Markus abholen und dann geht es weiter Richtung Magna Resino. Samaratechnik hier Magna Resino aufgebaut und hinten sieht man schon den Markus, der tut sich schon optimal vorbereiten für unseren Interviewgast. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder im Homeoffice die Datensicherung läuft, also ich glaube wir haben heute wieder um die 15 GB produziert und ihr könnt wirklich gespannt drauf sein, auf dieses tolle Interview mit dieser Persönlichkeit, wieder mal komplett was anderes vom Interviewpartner her, den der Markus hier vor die Kamera bekommen hat und Magna Rasino, das ist gleich in der Nähe vom Fontana, wo wir auch die anderen Menschen im Portrait Interviews gedreht haben und eine richtig coole Geschichte für Eventlocation und so weiter, muss man da noch genauer anschauen. Drei hat sich auch schon gemeldet, also ich muss das Ganze erst durchtesten, es kann jetzt da einfach nur sein, dass ich meine beiden Support-Telefone, eines gehört ja der Denise, das andere ist ja die Nadine ihres, ich werde sicher erraten, welches Support-Telefon der Nadine gehört und es kann nur sein, dass die einfach nur deswegen gemeinsam leuten, weil sie beide im gleichen WLAN sind und die gleiche Apple-ID haben, also im Prinzip eh was Simples und was Einfaches. So, jetzt gehe ich gemütlich essen und heute auch, schon gesehen vielleicht, mein nächstes Shield-Leberl und zum Mittagessen, Abendessen gibt es auch eine Folge Agents of Shield. So, und jetzt tun wir Datensicherung weitermachen und wir gehen noch ein bisschen essen. Auto ist jetzt da in der Drei-Hacken-Gasse in der Tiefgarage gepacht und das Tolle ist 4,50 Euro für den ganzen Tag, danke an den Marco für diesen tollen Tipp. Und jetzt da muss ich nur mehr in die Stadt reinfinden, zum Hauptplatz, ja, dann der erste Termin und genau, was ich sagen wollte, am Samstag ist ja mein neues Shirt gekommen von Captain America. Ich blende euch kurz ein Bild ein und der Vorteil ist da wirklich, dass die Bauchmuskeln aufgemalt sind. Viele haben sich gedacht, als ich das Bild gepostet habe, ich habe wirklich so viel trittet in den letzten Wochen. Leider nein. Das heißt, der richtige Winkel, dieses Captain America Shirt und der Waschbrett-Bauch ist perfekt. Ich bin einfach ein Marvel-Nerd. So, jetzt gehen wir zum ersten Termin. Jetzt schon im zweiten Termin beim Coco Quadrat, da war ich auch noch nie und mit einem alten Bekannten auch, wir nehmen jetzt einen Podcast auf vom Monument, weil am 28. September spreche ich in Wien beim Monument, ja, und den kennen Sie ja da, den Wolfgang. Und da nehmen wir jetzt da gemeinsam den Monument-Podcast auf, also bin ich echt schon gespannt. Ich bin wieder zu Hause im kühlen Homeoffice, draußen hat sie aktuell 33, 34 Grad, hier herunten bei mir im Homeoffice angenehm mit 22 Grad, also ich muss mich aufpassen oder hüten, dass ich mich nicht verkühle und auch warme Socken anhabe, ja, hier herunten. Das Interview mit der Wolfgang Bichler für Monument für September-Veranstaltung in Wien ist richtig genial geworden, also einfach reinklicken dann, meinen YouTube-Kanal abonnieren und ich werde dann auch den Link auf meinen unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen teilen, wenn der Monument-Podcast online geht, ja. Ansonsten auch noch ein kleiner Tipp jetzt zum Abschluss, ja, ihr wisst ja, ich bin ein richtiger Bücher-Fan, obwohl ich momentan nicht so sehr viel zum Lesen komme und ich bemühe mich, dass ich sehr viel lese, aber ab und zu oder momentan fehlt mir wirklich die Zeit. Deswegen der kleine Tipp und auf den hat mich der Markus jetzt da gebracht, als wir am Dienstag zu unseren Menschen im Porträt-Interview gefahren sind. Es gibt natürlich eine App, eine Plattform, die nennt sich Rebuy, ja. Dort kann man gebrauchte Bücher kaufen, aber man kann auch dort gebrauchte Bücher verkaufen, ja, und das ist richtig cool. Ich habe mich jetzt da angemeldet und ich habe jetzt die ersten Bücher schon bestellt. Da sind dann Bücher mit ein, zwei Euro drinnen, die ja ein paar Jahre alt sind, sind oder im Second-Hand-Markt, aber in dem Fall kein Thema. Und ich glaube jetzt da 31 oder 30 Euro ausgegeben für 15 Bücher, also nächste Woche wird dann das Paket kommen und ich habe die Zeit jetzt da auch genutzt, um das Ganze mit der App zu testen im Verkauf, ja, bedeutet, man nimmt einfach seine ganzen Bücher her, die man eh nicht mehr liest oder nie gelesen hat, wie immer die man aber hat, ja. Man scannt das Ganze mit der App ein, ja, das heißt man scannt das Buch ein mit dem Barcode hinten drauf, die App schlägt dir sofort einen Verkaufspreis vor oder einen Ankaufspreis von Rebuy, die DVDs und so weiter und unterm Strich sind jetzt da glaube ich insgesamt 38 Euro zusammengekommen und weil es der erste Verkauf ist an Rebuy, 5 Euro dazu, also ich bekomme jetzt 43 Euro auf meinem Bankkonto und damit sind die Bücher, die ich gekauft habe, bezahlt. Also das ist ein kleiner Tipp jetzt da, ich habe den Service das erste Mal genutzt, bin gespannt, wie das funktioniert und die zwei Pakete habe ich jetzt auch schon bei der Post aufgegeben, sprich meine Bücher, die ich an Rebuy verkauft habe, gehen jetzt da auch schon retour oder an Rebuy, ja. So, okay, das war es jetzt da für den Business Vlog Ausgabe 233, ich glaube es ist 233, ja. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wieder Daumen nach oben, Kommentare unten in der Box drin hinterlassen und wenn ihr Unterschied oder wenn ihr Themen habt, die ich im Business Vlog behandeln soll oder beantworten soll, fragen, ja, dann einfach in die Kommentare hineinschreiben und darüber wir uns immer wieder freuen, ist und ich, wenn ihr uns ein Abo oder wenn ihr mir ein Abo hier auf dem Kanal da lässt, weil dann versäumt ihr keine Ausgabe des Business Vlogs, der zukünftigen Cruise Vlogs und aber auch der Stradi Classics. In dem Sinne, alles Liebe, euer Thomas.